Hallo zusammen, ihr seid auf Joke TV und der Nächste, der einen Witz erzählt, ist der. Ich bin Daniel Bösch, wir sind hier auf Joke TV. Ich zeige jetzt auch noch einen kleinen Witz. Treffen sich zwei Sportler. Zeigt einen, du, ich habe jetzt einen Golfsack. Fragt der andere, tut denn der so weh wie ein Tennisarm?